, ich hab 3 gegeben, aber ich hab schon mehr. Ja, dann 6 von mir, und wie führst du? Keine Ahnung, das ist auch egal! Die brauche ich nicht mehr, die neuen, jetzt, das reicht schon. Mann, nimm die! Wenn will! Mann, ich kann theoretisch auch künstlich welche herstellen, aus 4 Eisen. ich hätte sie auf hab ich ganz hat man gegen das Kind selber schuldig dass es weißt du das so jetzt die Arbeiten bei Nacht nicht es ist doch gar nicht da ohr ja sieht so aus als wäre das wieder abgekackt Prozent ich stelle mich mal auf den Baum so und dann besser so da sind wir wieder ja das sind wir nein das gibt jetzt irgendwie keinen Sinn oder keine Ahnung zieh dich aus ja das war so heftig gerade ein Enderman drei Enderperlen getroppt cool du freust dich ja gar nicht ich freue mich du lügst ich freue mich nicht ich hab's immer gewusst ich hab schon immer geahnt dass so eine Frau ist oh ne wohl wie wir jetzt irgendein gehören hier nicht her auch nö wieso denn jetzt wieder nicht das kapiere ich nicht ich irgendwie jetzt auch nicht das sind doch irgende muss ich die jetzt rumpacken hier oder was das ist dann wahrscheinlich noch Schneebium mal gucken f3 hier stehe ich auf Tiger ach so weiter dann werde ich hier wohl oder übel aber ich will ich brauche bei irgende verdammt da werde ich wohl oder übel da werde ich wohl oder übel das ganze ein bisschen ändern müssen da muss ich jetzt die Truhe nehmen und hier ran bamseln das hätte bleiben können das hätte bleiben können wie das sich bei dir cool anfühlt dann machen wir es nochmal äh äh ich hab grad was festgestellt na ich mag dich auch die Erde ist rund was nein alter 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 wenn ich das irgendwie meinem lehrer erzählen der wird der wird der wird abdrehen wow sagen oder echt jetzt oder cool cool verstehe ich nicht ja auch nicht ich stehe mir grad vor so Columbus so die Erde ist rund und dann so irgend so ein Katholik cool und dann gehen sie weg den Sonnenuntergang hinterher das verstehe ich jetzt nicht nein ich muss warten bis sie jede einzelne abgekackt ist cool nein ich glaube ich lege einfach die Sachen in die Truhe und mache einfach so lange was anderes ja ich meine die Leute müssen doch auch mal was anderes sehen ne deswegen ja ich weiß was ich mache ich tue hier einfach mal alle Sachen rein die damit irgendwie was zu tun haben und einfach nur irgendeinen anderen kack den ich gerade nicht brauche so das hier das hier das hier Monster Drops irgendwas anderes das nochmal das das Alter wie sich hier alles bei mir verändert das ist so heftig kommst gleich nochmal du so jetzt gehe ich in den Netter ja sprech das bitte nicht auch so schwul aus wie manche andere Netter das klingt so behindert das heißt Nether na gut ich gehe in die Höhle helle aaaah na gut ich gehe in die Underworld Underworld okay okay wenn du das so sagst Bro ja das sag ich so du was auch nix krass du mich grad beleidigst hast du mich grad beleidigt ja ich hab mich grad Bru genannt ich bin so böse äh ich bin grad so geil äh ich bin fetisch nein ah das war die Spitzacke Fick mich Fick mich Fick mich okay ich höre jetzt auf mit so sexuellen Sachen hä ach so äh lol lebt die jetzt oder nicht was ist tot nein meine Spitzhacke kommt immer wieder freu dich doch bei die Haltbarkeit das ist doch cool meine Schaufel kam auch immer wieder die hatte keine Haltbarkeit Alter die geht echt schnell alle die Drill schon alle ich hab die grad schon angefangen als ich gesagt hab die ist kaputt und jetzt ist die Drill alle die ist so schnell alle das ist so scheiße was ist ja behindert deswegen benutze ich auch Spitzhacken alte Schuhe nein und ich will mir deswegen Badpack oder ein Labpack bauen weil die wird dadurch ja wieder aufgeladen weil da drauf Energie gespeichert ist die dann überträgt nein ich wurde wieder ins Portal geresettet geresettet Rohstoff ehrlich genug ich könnte mir theoretisch warte mal weißt was dumm wär was wenn einer Öl findet und das dicht baut ich wette es gibt manche die machen das ich glaube ich werde gleich volle Kanne ja resettet ja schon wieder ne doch diesmal ging's jay pfff nein ok ich brauch diesmal ein Träger ich möchte mal gucken wie viel Eisen ich hab ich brauch theoretisch 1 2 3 4 5 6 reicht nicht ich bräuchte 8 Stacks Eisen an die sogar noch mehr theoretisch bräuchte ich 11 12 Stacks ich kann dir was geben nö ich wollte mir in MV Solar Array machen aber das lasse ich erstmal glaube ich mal gucken vielleicht bei euch das ja irgendwann doch irgendwann ist die Zeit reif nicht du Mann weiß es ist dass sie immer so antwortet wenn du das Monster du Mann sagt du Mann sagt aber ich liebe Spongebob aber nur die alten Folgen hey ich auch lass uns beste Freunde sein okay na 5 beste Freunde nein sinnvoll so voll der Nörd zu 5 5 was hessler oh mein Gott geweckt du Monster das war lustig lass uns beste Freunde wir sind ja ja fester ja oh man wir haben echt Probleme ja darum lieben uns die Leute nein na gut ich werde gehasst aber dich lieben so ein Typ ich hasse dich normalerweise aber ich bin immer anderer Meinung also ich liebe dich oh man ich hab echt Probleme ich hab echt Probleme? Böschen Böschen? okay ich muss die Mining Drill wieder aufladen das ist nicht irgendwie ein bisschen dumm das ist nicht irgendwie ein bisschen nervig die immer aufladen zu müssen? ja aber ich hab grad keine geile Spitzhackel ey und ich hab jetzt gerade wieder ein halbes Deck Weizen und ich hab Rechtsklick auf ne Badbox gemacht und nichts ist Rrschklick wie cool der Messfabricate auch aus wuuu 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 als wären wir hier irgendwo in der Zukunft ja versteh ich nicht an ist hier noch weiter ob und schon habe ich 10.000 EU ich baue jetzt hier so nein keine Ahnung sachen dicht doch mal schämst du dich nicht ich überlege immer ob ich den Strand hier wird wo dieser kleine Mini Forestry Wald ist ob ich da den Strand wo es so enger wird vielleicht noch ein bisschen breiter mache ich will irgendwie nicht ich weiß womit ich jetzt die zeitgleich vergolden kann ich gehe nur einmal ganz kurz nach den Bienen gucken ob sich da doch schon was geändert hat ich brauche die Prinzessinnen um das einzuprogrammieren so gucken wir mal wie sieht es hier aus die scheint noch was auch immer das gerade war oh jetzt wird sie danach ne ich höre also gucken wir mal die funktioniert noch die funktioniert noch die funktionieren noch funktionieren noch die funktionieren noch die haben einige vorne war wohl jetzt produzieren die im